Herzlich Willkommen zurück! Freut mich, dass ihr auch noch unter den Lebenden weilt. Wie ihr vielleicht gesehen habt, lief das alles schon sehr locker und stressfrei ab. Leute, die am längsten am Boden lagen, sind der Meinung, dass sie gerockt haben. Naja, die guten alten Pillen, ihr wisst ja. Wir steigen auch gleich direkt bis ins Geschehen ein, natürlich mit dem Live-PS-Down-File. Also viel Spaß, hoffentlich macht ihr es genau wie wir jetzt bis zum nächsten Safe-Room und dann hören wir uns wieder. So, Maruno, einer von euch müsste auf den Desktop gehen, wenn ich auf den Desktop gehe, fängt das Spiel kurz an zu lenken, weil wir spielen lokal. Was soll ich machen? In den Left 4 Dead Ordner, in den Common, da wo die Demos drin sind, guck, ob er automatisch eine zweite gemacht hat. Das ist in Counter-Strike weitlich, dass es so ist. Er müsste eine 2 dran gehangen haben, einfach. Keine Medi-Edge genutzt. Wollte denn das Team? Noch nicht rausgehen, aber raus schießen. Steam, Steam Apps, Common, Left 4 Dead. Left 4 Dead. Dann? C-Sprice oder so, irgendwo da, wo's die Demos sein. Äh. Keine Ahnung. Dann such die, du weißt ja, wie du sie genannt hast. Äh. Ich hab auf jeden Fall eine Recording-Versible 2-Demm in, äh. Ja. Dann kommen wir da rein. Oder? Ja, hat eine neue gemacht. Gut, dann kommen wir da rein. Noch nicht gucken, ich muss mal kacka. Dann kommen wir da rein. Ja. Ja. Ja, ich muss mal rein. Ja. viele Zollteile nicht runterfallen ich bleibe gut dann kann ich nochmal Monizierung holen ich werde einer muss ich eh opfer das mache ich dann ich laufe dann unten rum und ihr müsst ihn abballern ich geh mal oh ihr müsst mich jetzt erstmal deffen weil hier kommen jetzt noch Zombies auf mich zu einer wer ist mit runtergekommen warum weil ich zuhörte du musst oben bleiben müssen dann bleibt ihr beide bitte oben ich wollte eine andere Waffe holen ah was ist das? kommt oben ey ihr müsst ihn heute sofort retten wenn die gefangen werden ey hätt die beiden aufgenommen ich kann nur stimmen ok alles klar also ihr beide bleibt jetzt da oben Maruno muss sich eh heilen Maruno heilen ja warte ich nur kurz eine Waffe holen oh da liegt ein Molly das ist gut ok ich verlasse mich auf deinen Molotow Cocktail weil ich habe eine Pipebomb mitgenommen so ich hole den Tank ich werde angegriffen hab ihn schon der Tank ist noch ein bisschen weiter weg du musst mitkommen wir kommen gleich zurück ok ich hab ihn zurück 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 rüft das Molly auf den Boden versaußen den ok wir laufen jetzt immer hier unten rum immer um diesen Stein damit die er dann schießen können der kommt hoch zu uns der kommt hoch zu uns der kommt ausweichen der kommt ausweichen alter er kommt drunter ich wusste gar nicht dass er da hochkommt schießen schießen ich konnte er da hochkommt er ist unten Achtung ach schön das Schick halt raus woher ist ich heil mich er ist ausweichen 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 lauf 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 so jetzt glaube ich wieder hoch gegangen ist da um auto nur danach ist unterlebt ok wir müssen jetzt gut ein paar Meter noch gut machen damit wir die beiden wieder retten können pack mal's Medi aus halt verweg oder Oh, wo geht's los? Ja, und dann nimm die Pipebomb mit. Wollte ich in den Schachter gehen? Ne, ich will nur die Pipebomb holen. Wo geht der Schachter hin? Auch da unten, ist nur ein anderer Weg. Aber ist blöd rauszukommen. Dann kommst du nämlich hier direkt raus. Auch nicht so groß der Unterschied. Aber das ist im Versus halt ein kleines Gimmick. T2-Waffen, das ist schon mal gut. Ja, hier ist welche wir nicht? Und da ist der Raum. Ich nehm die... Hier haben wir schon mal Sten Neger gefunden. Der AFK ist. Ne, ne, ich bin nicht AFK. Ich hab nur gesehen, dass da was liegt. Naja, hier gibt's die Waffe. T2, ne? Ich hab ne Waffe genommen. Schlecht noch, aber... Oh, ist Muddy, ne? Alle hier auf einer Seite rüber. Schau, ist hier oder? Kommt hier rüber. Ja, komm hier rüber. Schöne die Ecke mal, hier in der Ecke ist gut. Madin, wo bist du? Weiß es nicht. Abzum, Zombies noch da drüben. Klettert einer hoch auf Dach mit welche. Molli, ich hab... Das ist mal einer anderer, der Smolli mit. Der Pipe um müsste, wenn... Der Pipe. Achtung, Endote, steig die Rüste frei. Kann man mit Schlagen ausgebilden verletzen? Ich hab was gesehen. Schlagen ist gut. Schlagenblast. Schlagenblast. Ich bin da draußen. Wow! Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Wir sind noch genug Zombies, da... Da kommt was rein, glaub ich. Nichts hat er. Wir müssen weiter. Ich hab was so... Ich bleib erstmal hinter euch, ja. Hä. Die kommt von allen Seiten. Junge Kirch. Ja, das war ja der Wit. Wo ist unser Mann? Wo steckt er sich? Die nächste Chance, ein... Achtung, Zombie-Attack. Rüttenschmar. Achtung, rechte Flanke. Smoker. Hinter uns. Boomer vor uns. Boomer zieht. Spass, die Soker. Alter, wir müssen Meta genug machen. Mit dem Madding kommen. Und achtet auf die Witch. Haben wir die Wadden hier? Ja, die gibt's auch. Oben! Achtung! Boomer, der Gäste... Boomer! Nein, nein, die Witch... Na, nein, die Witch... Nie, nie, das ist nicht... Das Martin, aber die Witches im Weg... Nein, doch nicht... Leid ihr Licht aus erstmal! Die ist direkt through myke... Da ist man... Die ist direkt verletzt... dass weniger die das ist sie fack ab und das sie muss heute kommen Kohl und gar nicht ich lasse nicht mehr Teil und was die Tüten ich muss nicht zurück lassen ich komme nicht sie guckt auch immer viel weiter zu kommen ich rette jetzt die beiden idioten die guckt jetzt es ist ja hier wie bei exorcist wo ich mich schrott ich habe nur noch ein leben ich bin kurz vorm abnippeln bist du grau siehst du schwarz schwarz dann bist du gleich ich sehe nur noch schwarz das war jetzt hier in den 30er jahres über uns wo ist der nächste rettungsraum wir retten uns eh schon durch das problem ist jetzt kommt das event achso ich hab da nicht wir haben noch pipebombs und mollys ich habe eine paar wir setzen uns wir schlagen ich bin kurz dran ich bin am ausbluten und schlagen es wird geschlagen es wird geschlagen ich habe meine fall schlagen wir haben wir haben ich habe ich habe es wird geschlagen schlagen ist ein bester wenn er mich packt bin ich tot ich habe mich froh wenn du muss du bist du warum so geh einfach mal Meter der boomer ist über uns geh mal geh mal er will mich der nix da hielt nieder leben kriegt er mich niemals du bist doch schon gut wie tot ich lebe ich bin biker komm mit wir müssen laufen jetzt komm ich mach ihn klar ich sehe zwar gar nichts er rette ihn ob er rette ihn soll er nicht auf bestellung wo er hat man tank war jetzt jetzt zum fall der hat er schon einfach gehabt das gibt das licht aus das licht aus das licht aus ja ich weiß ja unten sind die unten geh du mal retten renn mal hin rennt zu den anderen retten unten hier nein hier lang hallo falsche richtung hier links die treppe runter da links runter rennen rennen von zombies komm ich versteck mich in dem raum rette sie und dann kommt erst mal hoch f mach die Tür auf leute ich komme jetzt und nicht ich habe auf drogen wir schaffen das level noch mit mühe und not machen wir klar hatte irgendwo mitkommen wo sind denn die verkackten mit komm runter mann rufen an rufe loaded Caitlin rupe er läuft nicht schießen die putzen wir laufen jetzt wir laufen durch die straße wir lassen kann versuchen zu überlegen ich kann nichts Töten, ich bin die ganze Zeit tot, ey. So ein Scheiß. Wer hat eigentlich die Alarmanlage wieder angemacht?